30 Milliarden Kilometer legen Lkw jedes Jahr auf deutschen Straßen zurück. Die meisten sind mit modernen Dieselmotoren unterwegs und dank des Zusatzstoffes AdBlue werden giftige Stickoxide bekämpft. Doch nach Recherchen des ZDF und Camion Pro, einem Verband deutscher Transportunternehmer, tricksen Speditionen, vor allem osteuropäische, zu Lasten der Umwelt und der Staatskasse. Ron Böse mit mehr. Lkw müssen immer sauberer werden. Das funktioniert dank AdBlue, einem Zusatzstoff zur Abgasreinigung. Er verwandelt gefährliche Stickoxide in harmlosen Stickstoff und Wasser. Abgasreinigung mit AdBlue ist im Moment das Beste, das wir haben, wenn es halt funktioniert. Aber AdBlue ist ein Kostenfaktor, schmälert den Gewinn der Spediteure. Geräte für wenig Geld helfen Kriminellen, AdBlue einzusparen. Sie gaukeln der Lkw-Elektronik vor, AdBlue werde eingespritzt. So werden aus scheinbar modernen, sauberen Euro 5 und Euro 6 Lkw echte Dreckschleudern. Ein Nicht-Einspritzen von AdBlue führt dazu, dass die Fahrzeuge, zum Beispiel ein Euro 5 Lkw, auf ein etwa fünffach erhöhtes Stickoxid-Emissionsniveau fällt. Der Umweltphysiker Dennis Pöhler hat eine Sonde entwickelt, die Abgase von einzelnen Lkw während der Fahrt messen kann. Das Ergebnis, 20 Prozent aller Lastwagen aus Osteuropa sind auffällig. Heißt, bis zu 14.000 Tonnen mehr Stickoxide pro Jahr in Deutschland. Das Doppelte des VW-Abgasskandals in den USA. Also mich überrascht jetzt schon so ein bisschen, dass wir eigentlich so viele Fahrzeuge finden, die das haben. Schlecht für die Umwelt. Auch die Höhe der Autobahn-Maut richtet sich nach Schadstoffklassen. Manipulierte Lkw zahlen pro Kilometer sechs Cent weniger, als sie müssten. Bedeutet, rund 110 Millionen Euro Mautbetrug pro Jahr. Beim Verkehrsministerium heißt es, man kenne das Problem nicht. So verliert der Staat womöglich Millionen an Mautgebühren und Dreckschleudern verpesten weiter unsere Luft. Über die Tricksereien und die Folgen berichten die Kollegen von Frontal 21 ausführlich heute Abend um 21 Uhr.